Leute, ich habe Good News in Sachen X-Defined und einem baldigen Release-Termin. Mark Rubin hat sich gestern zu Wort gemeldet. Ich zeige euch mal ganz kurz den Post. Es gibt noch einen längeren Post und hier ist eine Zusammenfassung von ihm, damit man sich den ganzen Post nicht durchlesen muss. Also tatsächlich, und damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, die ersten 24 Stunden des Server-Tests liefen meiner Meinung nach und auch von der Community her eigentlich nicht ganz so geil. Viel kam nicht ins Spiel, Abstürze und so weiter und so fort. Aber dennoch, Mark Rubin schreibt, dass die letzten Erkenntnisse sehr, sehr gut sind. Server-Test lief sehr, sehr gut, Skalierung, Server und so weiter. Alles toll, alles schön. Es gibt nur noch wenige Anpassungen, die vorzunehmen sind, die relativ unkompliziert sein sollen, wenn sie nicht sogar schon erledigt sind. Und zum Schluss schreibt er, und schließlich kommt der Veröffentlichungstermin sehr bald. Das heißt, jetzt werden noch so ein paar Adjustments gemacht und dann sollten wir in den nächsten Tagen, vielleicht in sieben Tagen in der Woche, in zwei Wochen spätestens, den Release-Termin endlich bekommen, sodass wir vielleicht Anfang Juni sogar schon den Release haben. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Aber wenn Mark Rubin jetzt schon relativ überzeugt durch die Auswertung der Daten sagt, dass wir sehr bald einen Release-Termin bekommen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es länger als 14 Tage dauert, bis wir da Gewissheit haben, wann das Spiel endlich offiziell mit einem Release-Termin versehen wird. Ladies and Gentlemen, das war es schon wieder von mir. Gibt es mehr Informationen, halte ich euch wie immer auf dem Laufenden. Also bleibt am Start, Daumen da lassen, Abo da lassen und so weiter und so fort. Das war es von mir auch da rein. Ciao.